Hallo, herzlich willkommen bei Coiline, Corinna Walter, Andreas Triebacher mit den Baden-Low-Made-Moden. Und hier haben wir einen Rosa-Holo-Silber, sehr schön mit leichtem Glitzer-Effekt, sehr schöner Bikini, wie man sehen kann, mit super schönem Oberteil und natürlich auch von der Rückenansicht haben wir hier natürlich einen klassischen String. Und nochmal von vorne, wie man sehen kann, mit einem schönen hohen Hüftschnitt und natürlich für die fitnessorientierte Frau mit einem schönen, schlanken Schnitt. Das war der pinkfarbene, Polo, Silber. Und nochmal das Ganze von hinten, sehr schön anzusehen. Coiline Bademoden von Corinna Walter. Miss-Universum, mehrfache Weltmeisterin, mehrfache deutsche Meisterin, in Kürze natürlich auch Hosenbegleitung, Bademoden, alles handgefertigt, alles maßgeschneidert. Nichts von der Stange für die Frau, die Wert auf Individualismus legt. Ich bin down. Die restorative, weib letterstehliche Musik Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020